Immer schön den Überblick behalten. Adventszeit ist Weihnachtsmarktzeit. Wer freut sich nicht schon auf die gemütlichen Weihnachtsmärkte auf dem Dorf, in einem Hof oder in der Kleinstadt? Das Weihnachtsmarkt-Gewinnspiel wird präsentiert von Schneiders Geschenkideen. Und hier sind die Spielregeln. Hinter der folgenden Adventskalendertür versteckt sich ein Weihnachtsmarkt der Region aus den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Wo befinden wir uns? Nennen Sie uns mindestens einen Markt innerhalb dieser Woche per Kommentar oder Mail. Unter allen Teilnehmenden wird ein 50-Euro-Gutschein von Schneiders Geschenkideen aus Grimma verlost. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020